George, du verstehst das nicht. Das hier ist ein Problem. Ein großes Problem. Blondie, das ist kein Problem. Wir können bei meiner Oma wohnen. Ist das dein Ernst? Okay, wenn du nicht bei meiner Oma wohnen willst, können wir bei meinem Opa wohnen. George, ist das dein Ernst? Ich hab noch nie bei deinen Großeltern gewohnt. Oh, die Verräterin ist da. Blondie, wir sind hier. Senja, ruf sie nicht. Siehst du nicht, sie ist in schlechter Stimmung. Sie schreit. Hi! Mein Gott, George, was soll ich nur tun? Das hysterische Mädchen schreit wieder. Erregt Aufmerksamkeit. Es scheint hier etwas passiert zu sein. Blondie, hallo. Sagst du nicht hallo? Soll ich also meine Oma anrufen? George, verschwinde. Diana, ich hab dich einfach nicht gesehen. Kurz gesagt, ich hab Schwierigkeiten. Ich wurde aus dem Haus geworfen. Jetzt hab ich keine Bleibe mehr. Und sie will nicht bei meiner Oma wohnen. Jetzt ist Blondie obdachlos. Toll. Was? Blondie wurde aus dem Haus geworfen? Und sogar ihre Eltern ertragen ihre schreckliche Laune nicht. Toll. Oh. Diana, ich hoffe, du bittest sie nicht, bei dir zu wohnen. Nun, sie steckt in Schwierigkeiten. Hör zu, Blondie. Wenn irgendetwas ist, kannst du bei mir bleiben. Was? Also Leute, willkommen im Haus von Lady Bunny. Fühlt euch wie zu Hause. Aber zuerst zu den Regeln. Hört gut zu. Jeder, der sich nicht an diese Regeln hält, wird das Haus verlassen. Blondie, du ganz besonders. Wir kennen dich. Diana, wir werden uns an alle Regeln halten. George und ich werden uns gut benehmen. Ganz angemessen. Diana, gibt's für uns auch Regeln? Weil wir sind ja eure Freunde. Für euch auch. Immerhin seid ihr unsere Freunde. Aber wir wissen ganz genau, wie hässlich ihr sein könnt. Und jetzt sagen wir euch, wer wo schlafen wird. Die Jungs schlafen in diesem Zimmer. Ich hoffe, wir müssen es euch nicht zeigen. Klasse. Nur können wir zu viert in einem Zimmer schlafen? Und der Kerl hier separat? Hey, nenn mich nicht Kerl, okay? Diana, gibt es einen separaten Raum für mich? Oder werden wir zusammen sein wie Freundinnen? Getrennt. Blondie, du wohnst in der ersten Etage. Danke dafür, Freundin. Danke, Diana. Entweder muss ich kotzen oder ich schlag ihr auf die Nase. Maya, glaubst du nicht, dass du dein Maskottchen zu sehr überschätzt? Alle Jungs werden sich normal benehmen. Auch er. Na, 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 na. Ja, alle Jungen werden sich ganz normal verhalten. Mädels, wir machen eine Party, wir machen so gut. Juppie, wir machen so gut. Juppie, wir machen so gut. Bye, bye, bye. Bye, bye.